Die Götter aus dem wunderschönen Thailand, aus Pattaya. Und heute haben wir eine Lieferung für unseren Balkon. Ja, sie ist wirklich fertig. Das ist von meinem YouTube-Channel, ne? You can see an TV, ne? Ja, so wie ich mag, ne? So, jetzt nachher noch ein bisschen alles schön hinstellen und kann man dann schön essen und trinken da draußen, ne? Das ist der große Meister hier, ne? Der ist handfertig, ne? Handcrafted, ne? Superstar, ne? Number one, ne? Und, uh, if somebody wants, you can order by him. Das ist alles Handarbeit, handcrafted, ne? Original, ne? Cannot buy in, in, wie heißt es, in Maple House. Not possible, ne? Das ist gemacht aus alten Öltonnen, ne? Das war eine ganz tolle Idee, ne? Die er da gemacht hat. So, superidea, ne? To do furniture from all the Öltonnen, ne? And this is really handcrafted, ne? Ja. Yeah. Very nice, beautiful, ne? Yes, I can show you, ne? 2 Mark, ne? That's a glass, ne? Okay. That's a song Ölken, ne? This song, song? Song Ölken, ne? Okay. Okay, okay, okay. Die Mark, ne? Very, very beautiful. This is the superstar, ne? Handcrafted, ne? Okay. 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 A team? A king, ne? Say hello YouTube, you are in TV now. Okay. Let's meet a crazy old man, ne? Okay. Okay. Das war's mit einem schönen Bericht heute. Hard. How long are we working? Song week, ne? Two week? Three week, ne? Two, three week, ne? Two, three week, ne? Okay, 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 okay. Und das war wirklich schön handgemacht, also ganz toll. Dann kann man dann schön sitzen und, ja, schöne, warme Thailand genießen, ne? Okay. 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 Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. 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 YouTube channel? Okay. 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 Tell you later, ne? That's mine. My tattoo artist, ne? Bye. 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 Also schon zwei Tage an meinem Tattoo rum. Morgen geht's noch mal weiter, ne? Tomorrow, the next day, Tattoo, ne? Yeah, tomorrow, tomorrow. Tomorrow, finish your thing, ne? Yeah. Uh-huh. Okay, dann pussieren muss ich auch wieder, ne? Okay. Dann, ciao, ciao. Ciao. Tschüss, silly.